Garteln in Salzburg präsentiert von Dena in Sitzenheim und Arniv. Der Frühling ist bunt und voll von zartem Duft. Herzlich willkommen bei Garteln in Salzburg. Meine Lieblinge im Frühling, das sind die Stiefmütterchen, die Hornpfeilchen mit den kleinen Blüten. Die kann man in den Salat hineingeben und diese Blüten verzaubern uns bis in den Sommer hinein. Daher aufpassen, wenn man sie setzt, die zarten Faservurzeln gar nicht aufreißen, sondern tief genug setzen, dann gibt es wirklich lange die Blüten. Nicht fehlen dürfen im Frühling die Primmeln. Das hier ist eine Sorte, die fast aussieht wie unsere Schlüsselblumen. Oder eine wunderschöne Kugelprimmel oder die traditionellen Primmeln hier auf einem Stängel. Auch die Zwiebelblumen gehören unbedingt dazu, die Tulpen und die Narzissen. Das Schöne bei diesen Pflanzen, die blühen auch im kommenden Jahr. Besonders interessant finde ich diese Zwergiris, Iris Rediculata. Die blühen als erstes im Garten und mit Sicherheit auch im kommenden Jahr wieder. Gibt es auch in unterschiedlichen Farben und Formen. Und die, vergiss man nicht, die strahlen mittlerweile in drei verschiedenen Farben. In hellblau, in rosarot und weiß. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Frühlingsgarteln. Garten in Salzburg präsentiert von Dena in Sietzenheim und Aniv.